Macht doch mal gar keinen Schaden mehr. Bieten wir es jetzt mal. Ich bin zutiefst traurig. Harry Kane hat doch viel mehr Schaden gemacht früher. Bin ihm 100% sicher, ey. Oh, Elementium. Tja, brauche ich leider nicht. Nicht wirklich. Heilin. Heal. Ah, no. Gut. Das sind ein paar, wenn ich würde sagen, wir bomben noch voll rein. Die halten sich aber fast exakt an Schaden. Die halten sich echt an Schaden. 1223. 122. Oh, lol. Das ist doch echt Betrug. Oh, ho, 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 ho. Mach's Glück. Ah, geh weg. Geh weg, geh weg. Verpiss dich. Heal. Maler. Heal. Kann da sein, dass einer verreckt ist? Kommt mir so vor. Waren das vorher auch drei? Äh. Aber fast Level ab. Das will ich jetzt noch haben. Dann mache ich Aufnahmepause. Dann habe ich auch keinen Bock mehr. Ich habe mal geguckt. Ich habe schon über eine Stunde aufgenommen. Mach das mal zu. Oh, scheiße. Telefon. Ich killte ihn derzeit mal. Ah. So. Da sind wir endlich wieder. Ah. Ihr habt gerade gefällt, weil... Ja. Komplett ein AOE rausgehauen und dann stand auf einmal, greift euch an. Tod. Und sechs Gegner sind zu viel. Okay, was brauchen wir denn da? Oh, ein Tiger. Hi, Tiger. Ähm. Was muss ich denn noch mehr machen, als nur die hier? Werden die so wach? No. Nee, Tiger greift nicht an. Gut. Skorpionfürst. Was sind denn die? Die kleinen Homo. Ha, hab einen findet. Kann ich den so angreifen? Hab ich... Nee, gegenüber eher skeptisch. Warte mal, ich mach den hier erstmal weg. Fluchbringer. Ja, Flüsche sind mir eh egal. Weil... die lü害 entfernen ein florund gifteffekt und jetzt er kannst du nicht nicht Gut, Pech Okay Kommen wir zu Kollege Hohe Priester Zack Hammett Da kann ich keine Bäume rufen Oh weh, die pullen jetzt Gibt's hier noch Bang? Ah eh Das hat jetzt was gebracht Dorthin zu schießen Feuchten Kehricht Bang A.E Gut So Was sind das? Ritualist Das waren noch drei gerade eben noch Okay Der macht auch Schattenblitze Die Ich hab' dem Schattenblitz getroffen Verdammt So dann Töte ich diese zwei Und wir sehen uns genau an dieser Stelle wieder Seht ihr? Genau an der Stelle wieder Oh Gott Hallo Kollege Du hast mich nie gesehen Ich bin hier an der Greie Klitter Klitter Okay Jetzt hab ich wieder ein bisschen am Rad gedreht hier Okay, dann gehen wir mal noch zu Skorpionfürst Und dann geht's um Bestand da Homofürst Namk Namk Na Ah Namk Haar Hm Ja zu dem komischen Heinz da Namk Namk Haare Was mir jetzt sagt, scheißegal, wie der Penna heißt Der wird jetzt eh sterben Heuer Schiee Na, Glocken Nervt nicht Ouch Dust mal ab Junge, wie viel Schaden macht der Muss ich doch auf die Heilung zurückgreifen Ach du Schande Ja toll, jetzt werd ich auch noch angeschrieben in Steam Wird ja immer schlimmer hier What the fuck Du kleiner Hohn, machst so viel Schaden Glaube ich ja gar nicht, ey So Good So Dann werde ich jetzt noch diese sechs Insignien sammeln Da, warte mal Erstmal gucken wir so Das haben wir dann noch nicht Wir haben bis jetzt einen Fluchbringer und einen Ritualist Haben wir noch einen Schlangenbeschwörer Oh Ja, so wollte ich jetzt eigentlich nicht dorthin fliegen Aber Jetzt haben wir auch noch sechs Uhr Jetzt werd ja immer wieder die schönen Glocken Toll Ruf der Viper Weg Ach, das muss nicht sein Nee Komm So Oh Oh Blizzard Ich hasse dich wegen diesen scheiß Bugs, ey So, da haben wir noch einen Händler Na nee, den brauch man nicht Giftbewahrer Den zeigen wir auch noch Mehr gibt's hier glaube ich nicht Na, hast du ein bisschen Stoff Ey, diese Glocken, ey Tut mir leid, wenn ihr das hört, aber Ist mir jetzt gerade mal sowas von Lachs Ich werd mich ja schon extra Warum hab ich jetzt Ne, mein Ping ist es nicht Gut, dann liegt's am Ping Gut, wenn's nicht mehr ist Werde ich jetzt noch diese fünf Dinger sammeln Und die Kirsche gleich mit ner Panzerforst abschließen Also bis sofort So, dann sind wir endlich fertig gesammelt Und boah Gut Dann würde ich sagen Okay Gut Dann würde ich sagen Sind's, ist noch ein einziges Level Wir haben endlich zu 84 erreicht Gott, es wird auch endlich mal Zeit So, ich glaub das wollte ich skillen Ich weiß es nicht, wir skillen es einfach Das ist sowieso total verhunzter Baum Aber es ist mir egal Ich weiß es nicht Ich muss jetzt da mal wieder durch Ich hab grad gelesen Der Fail von Blabber Holla die Waldfee Ach Gott, dann lauf ich jetzt wieder so rum Achso, ich hab nen Ring gefunden eben Tötet den dunklen Pharao Wie heißt der Take on Wir sehen uns bei dem So, und da ist der Pharao Nein, ich hab nicht die ganze Zeit gesucht Ich war zwischendurch mal auf Auf der Toilette Muss man ja mal so sagen Weil ich nehm hier jetzt schon Moment, ich guck mal Äh, da Nehm ich schon Wie viel nehmen wir auf? Eine Stunde und zehn Minuten 55 Sekunden Und das was ich rausschneide Sind schon fast locker zwei Stunden Und keine Ahnung wie lange ich jetzt aufnehme Aber, oh jetzt hab ich es zweimal offen Huch Huch Äh, ja Gut Also fast zwei Stunden Anzocken Und ich auf der Toilette Das Muss auch mal sein Ah, das kriegt ihr ja nicht mit Äh Tö, tö, tö Tö, tö Tö, kai Oh, what the I'm firing my laser Oh Gott Counter-Strike Ich kann nur so einen Rotz spielen Okay Ist mir egal, was ihr da jetzt schreibt Aber meiner Meinung nach ist Counter-Strike Eins Sinnloses Spiel, die es gibt Gut So Oh Oh, das fliegt so schnell Das hätte ich Der hätte ich niemals ausweichen können Hier Windralla von Draner Süß Oh Katzin Billige Katzin Gut, passt Muss ich jetzt abgeben Bitte nicht da, wo ich Oh Ey, das glaube ich ja nicht Äh Wir sehen uns dort Gott, ey So, na sind wir endlich Ich bin gerade irgendwie total geistig afkar Weil Ach Hier habe ich gar keine Lust mehr Äh, viel zu viel gemacht Ne Äh Da endet das jetzt bei mir Weil Ich habe jetzt keinen Bock Nochmal so weit zu fliegen Ich weiß, dass ich dann eh wieder Irgendwas anderes mache Ja Ich Gar kein Bock gerade Tut mir leid Aber Da hört es bei mir jetzt auf Ich kann auch weg Komm, mach weg Bing So, was kennen wir denn noch Geschwindigkeit Tempowertung 300 oder höher Ja, komm Hau mal rauf Hier Hau rein Hurray Gut, würde ich sagen Mache ich jetzt Nach Aufnahmepause Nach Keine Ahnung Wie langer Zeit Ist mir jetzt auch gerade egal Und dann sehen wir uns In der nächsten Folge wieder Bis dahin Äh Winke, winke Bis dahin Bis dahin Bis dahin Bis dahin Vielen Dank.